Tag 2 für mich, heute mit dabei, der Thomas, und wer bist du denn? Die Marielle. So, hier direkt bei FotoTV, der Marc ist auch am Start. Wer sich da vorstellt, er zieht sich auch verpflichtet, da noch kein Problem zu machen. Und ja, wir halten jetzt alle die Kamera schön hoch, es schaut richtig perfekt aus. Auf der FotoTV-Bühne gibt es das animierte Rudel-Shooting. Aufgepasst, anschauen wieder mal gegenseitig. Und Action. Eins, zwei, drei, alle sind gerade die Kamera nach oben. Das heißt, ihr wisst daran und drüben. Jawohl. Entspannt schauen. Verrückt. 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 Ich hoffe, dass ich mich wieder gefunden habe. Du hast wieder Mr. Jersey. Bleib mal da. Schau mal. Und der Jonas ist auch wieder mit am Start. Hallo. So, und jetzt? Da ist er. Da haben wir ihn. Wir kriegen das immer hin mit der Schärfe. Wie ist er wieder? Der hottest Mann der Welt. Yeah. Hi. Hi. Der nächste Bekannte von mir. Die eine oder andere kennen ihn schon. Ach, komm, komm. Guten Tag Tommy. Alles klar? Ja. Ja. So, kurze Stärkung. Hier auf der Fotokina. Ich habe noch jemanden aufgegabelt. Vielleicht hört er ihn schon. Ein Caveman. Hallo. Und wir haben auch wieder eingefangen. Wir haben auch wieder alle eingefangen. Wir haben auch wieder alle eingefangen. Da, da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja. Ja, ja, ja. So. Die Stammgäste der Fotokina auch wieder hier mit am Start. Wen haben wir hier? Der WF-Art. Der WF-Art. Der WF-Art. Der Jurek. Jawohl. Der Marni. Der WF-Art. Und der Eos. Ja. Auch genannt Gronkh. Und wen haben wir da noch? Jetzt haben wir hier. Gehen wir erstmal in den Drohnen-Modus. Der Domkisch. Der Thomas kauft bei Hänsel ein. Ne. Kaufen. Kaufen. Pardon. Glückliche Menschen mit Hänsel-Kappen. Da hat auch einer gekauft. Was kauf ich denn? Ich will auch eine Mütze. Das ist aber Elinchrom, nicht Hänsel. Ach so. Das ist Elinchrom, nicht Hänsel. Scheiße. Na ja, egal. Der Domkischot ist überall. Jetzt hier beim Alex Heinrichs. Wo ist die? Hi. Da ist er wieder. Garde Show. Sonja Kirschlau. Säk 2021 Ode. Oh ja, Es ist die Jäge. Alles Gäge. Säk creatures? Ich glaube nicht. Ich mache einen Abstand in den Kasten. Vielen Dank.